Und das sind wir wieder beim Spime, der Endloadschleife in einer parallelen Dimension. Ich hoffe, wir kommen heute endlich mal zum Ende. Gehen wir da rein, schauen, ob wir jetzt den Load wieder finden. Sieht nicht so aus, nein. Ach Leute, ich bin immer noch am Ende. Ich darf nichts übersehen. Wo ist das Vieh? Es ist hier. Oder wir können da reinfunzen. Was ist in der Küche? Oh! Oh, dieser Sound. Das Gekreische, wo das Vieh macht. Nein, wo wir übergehen? Nein! Warum? Wartezimmer. Bathroom. Klo. Habe ich irgendwo noch eine Node übersehen? Nein, hier ist keiner. Hier ist keine Node. Wo ist das Teil jetzt? Es kommt, es kommt, es kommt. Head home. Das Grauen ist da weg. Alien Invaders. Hau ab! Ah, fast, fast. Äh, vielleicht da raus. Küche? War vielleicht was in der Küche noch? Nein. Wo ist das Teil? Ah, es bleibt da. Nein! Ich bin doch runter. Oh. Jetzt ist wieder was da. 100%ig. 100%ig. Ich spiele so verstörend. So abgedreht. Ich möchte wissen, warum wir in dieser Paralleldimension gefangen sind. Und ich nehme immer noch am gleichen Tag auf. Also, ich spiele jetzt den dritten Part hintereinander. Und das kostet wirklich Kraft und Nerven. Und es geht wirklich an die Substanz. Das kann ich euch versprechen, Leute. Ihr müsst euch selber mal runterladen. Und spielen. Ey, macht so. Kaputt im Kopf. Du hast mich nicht gesehen. Will er mich verarschen? Warum? Gerne Note. 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 Ich kapier's nicht mehr. Ich hab hier schon ein bisschen gefangen in der Endloschleife. Parallelwelt. Note. 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 Ich hab hier noch einen dieser PLD-Devices gefunden. Es scheint zu sein. Es scheint nicht gut für alle. Ich hab hier noch ein bisschen gefangen. Ich hab hier noch ein bisschen gefangen. Ich hab hier noch einen Plan. Wo ist er jetzt? Er ist dahinten. Er ist dahinten. Er ist dahinten. Das böse Elden ist dahinten. Ich kann den auch nicht attackieren oder sonst was. Leute. Ich muss hier irgendwie aus dieser Endloschleife rauskommen. Aber wie? Wo rennt sie hin? Ganz gemütlich. Kann ich auch nicht. Die sind so lecker aus. Was ist mit ihnen? Es ist wie ein Ghost. Sie sehen wie ein Ghost. Was ist mit ihnen? Es ist wie ein Ghost. Was ist mit ihnen? Sie warten für sich. Wie soll ich sie aufdrehen? Ich bin dann, dass man fliegt. Das war knapp. Wo ist er? Er ist hier. Da können wir beruhigt mal rausgehen. Keine Not, danke. Moment, ich gehe erstmal in Sicherheit. Mein Hashmax liebt mich beliebt ohne mein 22. Sprung. 22 Mal schon. こんにちは! Januarik. O. Ich werde auf Wart. Ich werde auf Wart. Am I wasting my time? Am I wasting my time? Das heißt, ich verschwende meine Zeit? Verschwende ich meine Zeit? Nein! Oh! Er ist genau vor der Rohr aufgepuppt. Das ist nicht fair. Ich kann ja auch nichts eintreten, dass ich was machen kann. Fürschließen. Das ist eigentlich was ich machen kann. Ich kann ja auch nicht eintreten. Nein! 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 No! No way! No way! No chance! Oh! Halt dich wieder raus! Was? Hat das auch nicht behandelt? Gehen wir in die Küche nochmal. Keine Note. Und es kommt wieder. Die kleine Liedermännchenfresser, obwohl er grün ist. Was? Verschwende ich meine Zeit? Ich bin nicht da! Nein! Du siehst dich nicht! Ich verzweifle! Kann ich dir das vielleicht anklicken? Nein! 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 Was passiert mit mir? Ich kann nicht mehr. Leute! Mitweiler habe ich alles Mögliche. Kaputtes Kreuz. Mir tut alles weh. Ich habe Durst. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Es wird so schön. Wenn ich zurückfine, Das Grauen aus dem All. Keine weitere Note. Zurück komme ich nicht. Ich kann nicht zurück. Lauf. Lauf. Getschen. Nein, 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 nein! Ich gehe, du Bic Bully! Ich glaube nicht. Du bist der Grund für all das, nicht wahr? Du erzählst mir, was gerade jetzt passiert. Ich gehe jetzt. Ich gehe! Du bist der Mann, oder? Wir sehen uns über das. Was soll ich tun? Also, wir haben jemanden gefangen, der schuld daran ist. A.E. Enforcement of interdimensional safety laws and regulations. In order to maintain balance between planes of existence, special enforcers, commonly referred to as quantum keepers, are dispatched to nullify any paradoxes that may arise. The sole purpose of these creatures is to trap down any paradoxical entity that can present itself within a looping timescale. Once any threat is eliminated, they simply fade from existence and convert to dark matter state until the need calls upon them again, repeating the cycle as necessary. Though frightening in appearance, the quantum keeper plays a crucial role in protecting against paradoxes that may otherwise spread to surrounding planes of existence and restore order to the multiverse. I understand right now that we should stop the part in the alien. Uh. Uh. C.E. C.E. TAPE-D. 5th Dimensional Travel 101. As a user of 5D technology, your capabilities for passage stem beyond our 5th dimensional status to lower levels of existence. Think back to the idea of an ant traveling along a sheet of paper. Imagine now, if the paper were to be rolled up, so that both ends are now touching. As the end moves from one end of the sheet to the next, a loop is created. Inhabitants of this existence are bound to the sheet as their fords are governed by the laws of this dimension. As a fifth dimensional traveler, however, you are free to cross to any point on any plane at any given moment. Such freedoms must be tempered with caution, as failure to act within the safety guidelines could disrupt not only the currently occupied possibility space, but rupture adjacent planes of existence as well, causing great rifts to echo across the infinity sphere. Travel with caution. Tape C. Avoiding Paradoxes. Our actions as interdimensional travelers can echo unforeseen consequences across the farthest reaches of infinity. Therefore, we must tread carefully to avoid setting into motion any event that can alter the course of other planes of existence. Remember, the care and maintenance of other worlds and their inhabitants is everyone's responsibility. Refer to the handbook, The Do's and Do Not Do's of Interdimensional Travel, that ship with your device for more information. Terminal Travel, The Do's and Do's and Do's and Do's and Do's and Do's do... ... ... ... Ich komme nicht aus dem Fahrrad raus. Du hast eine Chance und das ist es. Tell mir alles oder du wirklich wirst es. Nein, ich kann nicht. Du bist nicht derjenige, ich muss denjenige, der sich rauskommt. Jetzt lass mich weg. Ich habe dich erwartet, du hast mir gemacht. Nein, stop! Was? Es ist so schnell. Was ist das? Es ist abgedreht. Und jetzt? Geh durch die Rückseite. Nur noch einmal. Ich erkläre dir alles. Aber schnell, die Keeper kommen. Mäng, mäng, mäng. Aha. Das war mit Sicherheit der Simon. Der im Rote. Das war der Simon. Spime. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das Spiel ist so geil gemacht. Ich liebe es. 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 die gleiche wie du es gemacht hast, um Part 1 zu öffnen. Alternativ, wenn es das Precies-Fail oder Crash ist, kannst du alle Part von dem Spiel downloaden. Ja Leute, aber bevor ich jetzt... Ich habe gesagt es gibt zwei Parts, aber ich klicke mal für euch nur mal hier zu öffnen, Part 2, damit ihr seht, was auf euch zukommt.